Hey Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Ja, für mich ist es wieder eine ganze Weile her. Ein Hirsch, ein Reh, ein Bock, ach was auch immer. Das ich zuletzt gespielt habe. Was war das? Ja, genau. Oh nein, oh nein. Krumm Nase, komm. Ähm, ja. Ich habe überlegt, was ich als nächstes tun kann. Wir haben hier am Hafen. Noch ein Schatz. Hier ist noch die beiden Schätze. Den Rest haben wir schon getötet. Und dann wollten wir, glaube ich, hier rüber. Jetzt rückt mich mal wieder so vor der Hauptaufgabe. So wie immer. Noch ein paar Fragezeichen. Da sind mit Sicherheit auch noch Sachen zu entdecken. Jetzt sind wir schon so nah dran. Jetzt könnte ich noch eben drücken. Wie funktioniert denn das nochmal? Oh. Wo ist denn der jetzt hin? Letztendlich abgehauen. Der hat uns letztes Mal, glaube ich, gestört. Als wir da die Basis angekommen haben, ne? Kann das sein? Irgendwo hier sein. Der Schutz. Was? Eigentlich war das letztes Mal schon so. Ne, oder? Könnte denn der jetzt sein? Wenn ich hier unten... Na ja, lange werde ich nicht suchen, weil wir ja noch irgendwas erleben heute. Vielleicht auf dem Dach. Gucken wir nochmal nach und dann... Oh, eyla. Ich muss den irgendwann mal solo. Gar nicht. Gut. weiß ich auch nicht Entschuldigung Quats Wir haben versucht versuchen wir nochmal hier kurz die beiden zu finden und dann ziehen wir weiter Die nehmen die eigentlich alle wieder? Die da konnte ich mir neu hin Hier schießen sie zuerst und fragen dann Was machst du denn da im Busch? Dafür lasse ich dich leiden Wie soll man den denn sehen wenn er da im Busch rummelt Ich bin der Wache Aha Wir haben schonmal den ersten Schatz sehr gut Wo könnte denn das zweite Schätzchen sein? Wo bist du nur mein kleiner Schatz? Was? Wo wie ist das? Was? Uaaaaaah Egal, schützt du mal So schwer so eine blöde Blöde, blöde Wache von irgendeinem Typen Der hier mal kurz zufällig hier durchkam In dem Moment, wo ich hier mal am Rammackern bin Kommen sie hier Aber wo? Hier im großen Gebäude vielleicht Au Nur Schatz suchen Auja Da ist er noch Schatz, die Leute Questort, ne Ort beendet Quest beendet wäre ja falsch So wir wollen, äh, hier Dickerhaut Sonst ist hier nix mehr, ne? Ne Da ist auch noch ein Schatz Ja, mach ich alles solo Aber den Posten hier kann ich ja noch Na komm Au Au Dieser Stinke-Mobb Du Sterb, du Wurm Ah, das blöde dann Ah, Pferdchen Wo war Pferdchen? Ah, hier war Pferdchen Sehr gut Hab doch richtig Club gefunden Ne, hier geht's ja kein schneller rein Indem man einfach Arr drückt Ah, was macht ihr hier? Egal, was ihr macht Käpftchen, Rebellen Ist nicht mein Ding Was ist das, ihr seid hinter mir her? Hab doch gar nichts getan Hier ist aber auch gefährlich, ne? Können ein Stück weit Krokodile sein So am Arbeiten Schlürf, Schlürf Schmotzer, Schmotzer Bisschen weggegessen Der Stank liegt in der Luft Hier muss ein Gerber leben Oh, wie beschämend, Nepp Der Gerber ist mein Ehemann Er bringt diesen Gestank immer mit, wenn er aus dem Lager zurückkommt Ist er jetzt hier? Sollte man meinen, dem Geruch nach Wenn er hier ist, ist es noch schlimmer Nimm keinen Anstoß daran Wir alle müssen Arbeit tun, die uns nicht gefällt Du hast recht Mein Mann arbeitet hart Aber er kann kaum die Nachfrage befriedigen Man sagt, die Magi sei ein legendärer Jäger Wenn du etwas Geld verdienen willst, dann geh zu ihm Er freut sich bestimmt über Hilfe Hm Ich denke darüber nach Wo kann ich ihn finden? Sein Jagdlager Ist nordwestlich von Zau Er wird dort ein paar Tage lang heute gerben Wenn es nur irgendwas gäbe, das hilft, den Gestank zu lindern Bad Baden Baden Seife Ah ja Ja, hat bestimmt nicht jeder Ein bisschen im Lavendelöl tauchen Okay, der ist da vorne Machen wir das doch direkt Dann können wir nochmal zurück Wo ist denn mein Pferd? Pferdchen? Pferdchen? Ich hab dich doch gerade hier abgestellt Das ist die Polizei Wo ein Pferdchen wurde geklaut Mann, Mann, Mann Da muss man echt aufpassen Dann ist das Pferdchen weg Longhorn Auf geht's Endlich mal wieder Action Vielleicht hab ich in letzter Zeit einfach so wenig Zeit Dann bin ich froh, dass ich mal wieder endlich Zeit hierfür hab Seenu rufen Ja, unsere Drohne, die gibt's ja auch noch Scan Reiten sie doch nach Lager aus Warum reite ich nicht einmal dahin? Da ist er, er arbeitet Vorne arbeitet auch jemand mit Gold Gold Da gibt's Erz Kriegerpfelle Also Fälle Und heute Alles, was das Herz begehrt Richtig schönes Jagdrevier hier Giltiger Serapis Wo kommst du denn her? Zurück Zurück, du Bestier Ich mache eine Lederrüstung aus dir Der wohnt jetzt nicht tot, oder? Ja, der lebt noch Ich dachte schon, ey Ungescheitert Reden wir? Hab Dank, Reisender Ich hätte nicht gedacht, dass die Götter mir heute Hilfe schicken Ich dachte schon, dieses Biest frisst mich aus Rache für mein Handwerk auf Was führt dich hierher? Deine Frau in Tsao sagte, du brauchst vielleicht einen Jäger Ja, ja Zu wenig Rohstoffe und zu viel Nachfrage Ich würde dich sehr gut bezahlen für die Häute, die ich brauche Und für das Risiko, das du eingehst Ich bin ganz ohr Ich brauche Hyänenohren, Krokodileier und einige Geierschädel Wozu brauchst du denn die Geierschädel? Daraus mache ich Kopfschmuck für die Priesterinnen der Isis Sie zahlen gut Okay, wir brauchen Krokodileier Ah ja, haben wir Hyänenohren Gibt es die hier, oder muss ich die sonst wo? Gut, den sehe ich ja nicht Ich glaube, der muss nur so ein Faules Getier sein Ja, ist gut Sind wir immer noch drin Also, normalerweise müssen wir uns doch dann Nein, Tiere müssen wir selber suchen Verdammt Aber meistens ist alles in der Nähe Wäre ja auch schon ziemlich blöd, wenn nicht Wo hätte ich denn zuletzt Jägen gesehen? Wo hätte ich gerade? Wo könnte das gewesen sein? Egal, wer finden wir hier, wer hier So jagt man Nahkampf Nahkampfjäger Was war das? Ich habe die Schüsse angehört, aber Schüsse Also die Geier haben wir schon mal hier Das ist schon mal Sehr gut Ich treffe kein Geier hier Ich Geier nochmal Warum seien wir euch Geier nicht? Ah, Hyäne Ah, hab dich gehört Na, komm her Hast du Ohren? Hey Bang Hey Bang So Komm her Geier auf den Meter Wo nicht glatt und das ganze Rennen Au Ha Geierschädel fertig So Hyänen gibt es hier also auch Ach, du willst auch noch was von mir Alles klar Das ist cool Ja, gut Hier soll ein Hyänenbau sein Den Hyänenboss töten Okay, den mal Dann sehen wir den besser Irgendwo sein Hyänenbau Ah, eine Hyäne Ah Oh ja Ha Ist mein Schild Hatsch Auf die Nase hier Komm her Ach Mann, ich schiebe schon wieder So, ist gut Ah Da kommst du denn her Ja Ah, da ist Da ist die Mama Au Ich könnte ja auch Gift nehmen Aber Schaffen wir auch so Sehr gut Was haben wir hier in der Höhle Kein Schatz Hier wird noch mit irgendwas im Kampf Da ist noch ein Hygienchen Ja, dann müssen wir die ganze Familie ausrollen Na Komm schon Jawohl Das ist ein Brot, ist ein Leder So, hier vorne war noch was Hören wir das gleich mit Wenn wir schon mal dabei sind Hey Hyänen Leder Gib mir deinen Leder Ich gebe dir meinen Ach nee Ich habe keinen Leder für dich Ich schmecke auch nicht Das wird schon wieder Nacht Zumindest haben wir Dämmer So So Wir müssen unsere Drohne rausholen Sind noch Vögelchen Ah Krokodile Komm Hartes Leder Sehr gut Hartes Leder Weiches Leder Wenn unser Leder so auf Hart Weich Hart Hart Weich Hart Ah Banditos Au Genau Du lebst schon zu lang Du Rimmel mit deinem Du bist so ein Spartaner oder was Rums So Ich werde wieder wechseln Wir wollen ja nicht Plündern Wir wollen ja nicht in der Stadt Massensterben verursachen Weil wir mit unserem Gift da romantiert haben Ist das hier ein Krokodilsnest oder was ist das? Ja Krokodilsnest Machen wir Krokodile Wo bist du Mama Krokodil? Krokodil Krokodil Das Raumstumpf Wo bist du Fräulein? Warte jetzt Zimmeln wir mal ein bisschen hier Wie kommt sie dann raus? Ich brauche mal wieder Pfeile Er setzt einem aber auch trotzdem zu Hier ist keiner Hier kann ich auch meine Giftwaffe einsetzen Verdammt Komm schon Hier Da ist Mama Krokodil Hab ich gesehen Au Foto Hallo Da wird sich viel zu selten Ich muss mich gleich mal ein bisschen zurückziehen Au Die halten doch gut was weg Vor allem die treffen die immer Wo sind die Lümmel noch? Bin wir noch hinter mir her? Ach Kipp gestorben Respekt Krokodil Respekt Ihr habt mir echt einen Kampf geboten Ach Können wir gleich mal in die Ausrüstung gucken Ja Stabilisierungshandschuhe Brauchen wir hier Brauchen wir noch Fälle Da ist doch noch was Entschuldigung Fältchen das ich nicht geworfen habe Aber ich muss erst hier noch gucken Wir wechseln Dann geht sie halt in der Stadt Wer will die jetzt schon wieder ärgern Wo kommst du denn her? Verdammte Axt Au Au Schild hoch Bumm Und hier kann man doch echt so einen Spergen nehmen ne? Das ist auch eine schwere Keule. So, wo ist ein Kogutier? Ja, ich hab was für dich. Viel besser. Krokodile brauchen einfach was Großes. Egal, achso doch, wir haben ja noch die ausgerüstet. Äh, Pferdchen, schon wieder hinten, komm her. Bin zu faul, die paar Meter zu laufen. Die Aufgabe abgeben hier, komm. Das ist ja totgefressen von Pferdchen. Ich hab dein Kram. Nun gut, was hast du für mich? Alles was du wolltest. Ah ja, gut, gut. Und in sehr gutem Zustand. Das wird genügen. Dein Lohn. Mein Lohn. 1000 EP. Ah, Stufe 19 sind wir. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Level. Da oben steht so in der Ecke rechts. Also musst du läden. Du bist zu steuern, der kommt nicht mal läden. Und dann kann ich läden. Wow. Da ist auch noch was. Und da. Aber das mach ich alles dann. So für mich. Guck mal, hier kann man schnell reisen. Aber ich mag schnell reisen, nicht so. Wenn ich mal riesen Strecken überbrücken muss dann. Ja, aber so ein kurzes Stück da. 500 Meter. Ich hab mir Pferdchen. Können wir mal hell werden lassen. Ja? Ja? Können wir? Sollten wir hell machen? Können wir das noch vorher hell werden? Deutscher Knopf. Da hinten sind die Pyramiden. Da. Da muss ich hin. Unbedingt. In so einer Pyramide.